Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren oder endlich mal wieder einem Weekly Chest Opening Video hier auf meinem Kanal. Es fordert sich vieler gewünscht und wir werden das auch nun wieder fortsetzen. Ja, heute haben wir drei Charaktere. Wir fangen mit dem unbedeutendsten an, wo wahrscheinlich der Loot einfach am uninteressantesten sein wird, weil da wahrscheinlich nichts Brauchbares in der Vault drin sein wird und zwar mit meinem geliebten Krieger. Dann machen wir einfach mal auf, gucken einfach mal rein, ob es sich gelohnt hat, die Vault zu spielen oder nicht. Und dieses Mal hat es sich motherfucking gelohnt. Ja, wir haben zwar keinen Aschkandu, aber ich habe gestern noch im Steam gesagt, ich brauche eigentlich nur noch einen Aschkandu hier oben für die aus der Weight Chest und ich brauche auch die Fiole 447. Da ist die Fiole 447. Sehr, sehr nice. Damit haben wir eigentlich auch schon, ähm, ja, das Best im Slot Schmuckstück auf, ähm, ja, auf dem höchsten GS bekommen, was eigentlich so möglich ist. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr nice. Sehr, sehr geil. Bombe. Ja, da kann man wirklich gar nichts zu sagen. Was soll man dazu sagen? Das war die beste Vault, ähm, die ich auf diesem, äh, Krieger mir hätte wünschen können. Und natürlich nice, dass wir das direkt aufgenommen haben. Ja, jetzt springen wir direkt weiter und gehen mal auf meinen Evoker und gucken mal, ob der Evoker, der Argumentation, ob der auch relativ guten Loot zieht oder ob es da eher so ist, dass wir sagen können, hm, okay, nicht ganz so passend. So, mit dem Augumentation Evoker machen wir auch mal auf. Da sollte bestimmt auch was Gutes drin sein. Gehe ich doch mal hier von aus. Mit dem waren wir die Woche nicht wirklich raiden. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen rein. Hier haben wir Crit Mastery. Ist gar nicht so bad. Mastery ist halt unser Biz-Stat. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber da haben wir so eine, äh, da haben wir schon die extrem starke Halskette mit den maximalen Werten. Ja, hier haben wir auch, ne, hier haben wir sogar, da ist auch Big Mastery und Tempo drauf. Und hier haben wir Crit und Versa. Das Ganze sieht dementsprechend gar nicht so gut aus, ne. Beim Evoker, da können wir einfach mal auf passen, hier drücken. Ne, da ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Na, wie gesagt, wenn wir noch Raiden gegangen, hätte da vielleicht das ein oder andere noch drin sein können. Aber so, das haben wir mit raus. 24 Anletarians Hort. Ja, und zu guter Letzt kommt gleich die Überraschung, mit welchem Charakter machen wir noch eine Bolt auf. So, und die letzte Bolt machen wir mit meinem Feuermark hier auf. Der ist auch erst seit, ja, den haben wir Dienstag erst angefangen. Das heißt, er hat dementsprechend noch gar nicht so wirklich, ähm, gutes Gier, ne. Ist jetzt bei, ich glaube, 4, 4, 5, 10, ne. Da ist alles in der Bolt natürlich sehr, sehr schön und sehr lukrativ. Ja, ne, hier haben wir jetzt einen Ring, ne, mit Versa Mastery. Müssen wir nicht, da habe ich zwei Crafting-Ringe drauf. Ne, hier haben wir Tempo Mastery. Tempo ist natürlich ein guter Wert. Ne, hier haben wir jetzt zum Beispiel Kripp-Meisterschaft und Lebensraub. Ne, den Stab, das ist der vom Endboss, den habe ich sogar schon aus dem HC Raid. Ne, da fällt, glaube ich, eher das Schmuckstück hier rein, weil meine Schmuckstücke einfach wirklich totaler Müll sind. Und hier bekommen wir halt nochmal richtig viel Int erstmal dazu, ne, und das Gefäß genau anlegen. Eure Offensivzauber haben eine Chance, instabile Flammen auf dem Gefäß zu ziehen, was euer Tempo 95 erhöht. Und im Verlauf von 30 Sekunden 1000 nochmal ein bisschen Schaden zu macht. Ne, das Ganze ist halt nochmal fünfmal stapelbar. Das ist, glaube ich, so, gar nicht so bad, ne. Es sind das Beste, was wir jetzt hier bekommen können, ne, aber schon mal ganz, ganz nice. Dann mal gucken, was wir für einen Schlüsselstein auch noch rausbekommen. Also, doch sehr, sehr geile Vault an sich, ne. Ulderman, 16 die Woche, ja, ne. Ne, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden, ne. Ne, da haben wir einmal hier, ne, das ist, glaube ich, nicht mit Benutzen, ne. Ne, das können wir einfach direkt hier austauschen, ne. Jetzt haben wir 418 angelegt. Ja, eigentlich schon mal ganz nice so für den Anfang, ne. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir den Vierer-Set-Bonus irgendwie noch reinbekommen, dass wir noch einen in der Hose am besten bekommen, weil da wollen wir das letzte T-Set quasi drauf liegen haben. Ansonsten finde ich nicht so schlecht. Bin gar nicht negativ überrascht, sondern eher positiv. Wir haben auf dem Magi aber ganz klar, dass wir da schon was sehr, sehr Geiles ziehen. Da haben wir jetzt, ähm, ja, da haben wir jetzt hier ein Twinket gezogen, na, dass wir das auch austauschen, war halt einfach klar, weil umso mehr Inf wir haben, umso mehr Damage machen wir schon mal an sich. Tempo ist ein guter Wert. Wir liegen noch sehr, sehr weiter drunter. Wir haben hier 25 Prozent. Wir sollten so Richtung 40 kommen. Also brauchen wir eh Tempo. Passt das ganz gut in, äh, ganz gut rein. Ja, und ein bisschen Versa haben wir eh. Sieht schon ganz, ganz gut aus. Ja, dementsprechend muss ich sagen, der Warrior hat eine super Volt gehabt. Der Evoker leider nicht, aber okay. Na, aber dafür der Mage nochmal. Also ich würde sagen, das Weekly-Chest-Opening heute hat sich sehr, sehr gelohnt. Ansonsten drücke ich euch natürlich auch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr ebenfalls eine gute, geile Volt hattet mit gutem Loot. Ähm, ja, dass ihr zufrieden wart mit dem, was drin war. Ja, ansonsten könnt ihr das jederzeit natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wie war eure Volt? Hat sie sich gelohnt oder nicht? Spielt ihr überhaupt noch aktiv im Plus? Oder spielt ihr vielleicht auch selber aktiv gar kein WoW gerade mehr? Und guckt euch einfach dieses Volt-Opening an, um zu gucken, ja, wie sieht das denn beim lieben Brocken aus? Ähm, ist da überhaupt noch was Brauchbares für ihn drin oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Ich bin raus, euer Brocken.